Hallo zusammen, heute möchten wir vor allem unseren Abonnenten, aber natürlich auch allen anderen Zuschauern die Wahl überlassen, welche Software wir als nächstes reviewen sollen. Dazu stellen wir euch unterschiedliche Softwares zur Auswahl und bitten euch darum, den Namen der Waffe in den Kommentaren zu hinterlassen, welche wir nach eurer Meinung nach reviewen sollen. Die mit den meisten Stimmen gewinnt auf jeden Fall. Die Umfrage wird sieben Tage lang gültig sein. Zur Auswahl stehen Softwares ab 14 und ab 18 Jahren. Ja, legen wir einfach mal los. Softwarepistolen ab 14 Jahren Die P99 Federdruck Die P99 AEG CM121 AEG Und die G18C AEG Softwaregewehre ab 14 Jahren Die M14 Socom Federdruck Die MP5 AEG Kommen wir zu den Softwares ab 18 Softwarepistolen Softwarepistolen Smith & Wesson M & P40 CO2 ohne Blowback Beretta 92 A1 CO2 ohne Blowback Gewehre ab 18 Jahren Die Franschi SAS 12 Tactical Version Pumpgun mit Federdrucksystem Ich habe in der Videobeschreibung noch mal alle Softwarewaffen verlinkt, damit ihr vorab genauere Daten einholen könnt. Und ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass so viele Personen jetzt bei der Umfrage mitmachen werden. Dennoch freue ich mich über jede abgegebene Stimme. Und ich denke, so eine Umfrage ist gerade für Abonnenten eine schöne Idee. Wenn schon ein Abo, dann sollt ihr auch gelegentlich auch mal mitmachen dürfen, nicht? Ja, haut's in die Tasten, bis die Tage eure Softwarereviews.de fritzen. Tschüssi Koski!